Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Sie sind überall. Auf Hamburgs Straßen, öffentlichen Plätzen, auf dem Dom. Und sie sind extrem sportlich. So wie Jakob. Er ist der Anführer einer Gang, die Anfang der 80er Jahre für Aufsehen sorgt. Weil sie gegen eine andere Gruppe von Jugendlichen vorgeht. Die Popper. Die geben an mit ihrem Geld, was sie haben. Und das stört euch? Ja. Also, ein bisschen auf die Nase. Jürgen gehört zu den Gefolgsleuten von Jakob. Er lebt zu Hause bei seiner Mutter. Und er will sich hochboxen. Zusammen mit den anderen Jungs aus seiner Gang. Auch Thomas Hirschspiegel hat ein Ziel, Journalist zu werden. Das Leben der Jugendgangs begleitet er zunächst als Fotograf. Als das hier losging mit den Gangs, war ich halt Anfang 20. Und fand relativ schnell einen Zugang zu denen. Sie wollten Action in ihrem Leben. Das konnte ich nachempfinden. Das wollte ich auch. Wollten viele andere junge Leute. Und das haben sie in dieser Gruppe natürlich ausgelebt. Und das ist das eine. Aber es gibt auch Hungeraufrag. Anfang bis Mitte der 80er Jahre gibt es etwa 20 rivalisierende Gangs in Hamburg. Die Konflikte untereinander spitzen sich zu. Denn mit den Kämpfen wollen die einzelnen Bandenmitglieder ihre jeweiligen Anführer beeindrucken. Das waren Prügeleien. Man weiß ja, was man sich einlässt. Man prügelt sich, hat ein blaues Auge oder rausgeschlagene Zähne. Mehr passiert in der Regel nicht. Und die hatten noch einen gewissen Respekt vor der Polizei. Man sieht hier zwei Schutzleute und eine ganze Horde von kriegerbereiten Jungs. Trotzdem schaffen die beiden das, die da in die Ecke zu drängen und sagen, haut hier ab. Im Januar 1983 zeigen die Halbstarken dann, was für eine Macht sie in der Stadt haben. Da sind zwei, dreihundert Mitglieder von Jugendgangs ganz spontan, haben sich auf dem Rathausmarkt getroffen und sind dann mal eben als uneingemeldete, in Anführungsstrichen, Demo über die Mankebergstraße gegangen. Die Polizei war völlig überrascht. Die sind dann am Hauptbahnhof vorbei Richtung Steindamm und dann hat die Polizei mit großer Härte zugeschlagen. Da gab es dann eine Straßenschlacht. Aber nach diesem Kräftemessen mit der Polizei haben die ein Ego-Problem gekriegt und sind danach nach St. Pauli gegangen und haben sich dann da auch gern geprügelt. Also man hat die schnell unterschätzt. Einen Fehler, den dann auch viele Zuhälter gemacht haben. Weil natürlich, wenn die einen von denen gesehen haben und gesagt haben, was willst du? Wenn aber acht waren, hatte auch der Bodybuilder, Zuhälter kaum eine Chance. Und das haben die Knallhart ausgenutzt. Später, als sie selber auf den Kiez gegangen sind und dort Läden übernommen haben. Von da an trennen sich die Wege der Bandenmitglieder. Einige werden wegen Raubdelikten verhaftet, andere, so wie Jürgen, müssen als Zeugen aussagen. Ja, dass ich rückfällig werden kann, mich zu oft zu schlagen. Und davor habe ich dann Angst, wenn ich dann abgehe. Am Ende gelingt ihm der Absprung. Er träumt von einer Freundin, einem Auto, einem Haus. Du hast jetzt Arbeit gekriegt, wie ist das gekommen? Also das ist von der Berufsberatung gekommen. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich Geld brauche, dass ich gerne arbeiten möchte, weil ich Schulden habe. Und ist das auch durchhalten da? Ja, werde ich wohl durchhalten müssen. Was kann ich das für nicht bezahlen, was jetzt auf mich zugekommen ist. Interessant wäre, was das Ihnen geworden ist. Viele sind auf St. Pauli gelandet, was kein gutes Ende nahm. Ich kenne aber auch einige, die heute Manager sind oder so. Die das einfach als eine Phase ihres Lebens gesehen haben und ohne Knast überstanden haben. Thomas Hirschspiegel hat sein Ziel erreicht. Er ist Chefreporter bei der Hamburger Morgenpost geworden. Auch dank der Erlebnisse mit den Jugendgangs.